Ich fahre die Dinger zu wenig. Glaubt, meine Mitarbeiter ist es das Beste, was ich je gekauft habe. Mein Name ist Michael Riegel. Wir sind hier in Bürgstadt in der Firma Riegel Malerbetrieb und heiße euch heute herzlich willkommen. Zu unseren Hauptaufgaben gehört das Innenputzen, Außenputzen, Trockenbauarbeiten und Tapeciearbeiten auszuführen. Um diese Klappläden mit der Hand zu streichen, das ist eine Arbeit für einer, der wo Vater und Mutter erschlagen hat, würdest du Stunden brauchen. Wir setzen unser Hochdruckverfahren ein und nun ist die Arbeit erledigt. Mit unseren betriebseigenen Hebenbühnen sind wir in der Lage, schnell flexibel zu handeln und zu reagieren und leichte Ausbildungsarbeiten durchzuführen. Wir stehen vor unserer eigenen Farbmischanlage und sind in der Lage, über eine Million Farbtöne selber zu mischen und die sofort auf die Baustelle zu transportieren. Die Autos sind einfach klasse auf der Baustelle. Sie sind geräumig, haben ein sehr gutes Fahrgefühl. Die Leute sind glücklich und zufrieden. Mitarbeiter wollen alle Iveco. Ich würde immer wieder ein Iveco kaufen, da meine Jungs so zufrieden sind und sagen, Chef, das ist das Geilste, was du je gemacht hast.